Willkommen zur zweiten Folge. Genau, nicht nur ein paar Stunden später. Wieder hier bei Kona Let's Play auf Ballybutton TV. Ballybutton TV. Ballybutton TV. Jetzt liegt auch Schnee. Wie, jetzt hast du mir immer Schnee? Ja, das ist lang im Koma-Laden wahrscheinlich. Ja, im Auto oder was? Ja. Und der Motor läuft auch noch. Ja, er hat einen großen Tank. Corona! Nicht zu verwechseln mit Corona dem Baba! Corona der Baba. Ey, pass auf, jetzt könnte ich mir schon wieder vorstellen, das träumt er alles nur irgendwie, oder? Das wäre jetzt perfekt so, dann wacht er irgendwann auf und das hat's alles nur geträumt. Und ist wieder auf angesperrten Straße. Ja, und dann fängt alles von vorne an. Der richtige ist verschwunden. Der richtige ist verschwunden. Hat taken off. Karl needed help. Help Karl needed help. Help Karl needed. Ja, bist du jetzt erst schon geöffnet? Nee. Gemischt. Gemischtbare Naden. Grocery-Strawler heißt das glaube ich im Englischen. Karl wondered how long he would have to enjoy this skin stinging cold. Hallo. Hallo Baby. Das machen wir ja auch direkt in die Wurse. Haha. Das heben wir uns für ruhige Zeiten auf. Kannst wir uns aufwärmen müssen in der Krise. Genau. Dann lege ich mir jetzt die Karkate wieder weg. Und da stresst zieht Karl schlicht da und sprintet kurz bestanden. Oh, da ist ein äh. Kommt man da nicht ran? Kann doch. Was ist da? Ich bin irgendwie noch im Karten-Modus. Ich bin irgendwie noch im Karten-Modus, habe ich das nicht gesehen. Was ist da? Mä? 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 Dem ersten? Kommt nicht ran? Kommt nicht ran? Eine Holzpalette versperrt mir den Weg. Holzpalette weiche. Weiche Holzpalette. Sie bestimmt unsere Zukunft. Bin ich denn jetzt wieder weg hier? Die kommen ja raus. Ich wünsche mir mal sehr wenig Erklärung zu dem Menü und so. Stimmt. Bis jetzt war gar nichts, ne? Ne. Ah! 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 Die Kälte brennt! Es ist so kalt, dass es schon heiß ist. Wo ist denn jetzt der Erste-Hilfe-Kast denn? Wo ist denn jetzt der Erste-Hilfe-Kast denn? Er hat es doch gar nicht aufgenommen, ne? Ein Notizbuch! Hey Karl! Schreib doch was in dein Notizbuch! Ah! 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 Und dann wird erre hinsen im Spiel umonton! Beh upp stones.. Ach klar! the Bohrer! Oh! Mach einmal die Tür zumachen? Es wird ja ganz kalt! Kann ich die Tür schließen? oshit unter and ampliting began. Was ist da rechts? Ach ne, ein Rasenmäher. Das sind so richtig oldschool Dinger, die wollte ich ins Kind auch mal haben. Das war so ein Rasenmäher. Ich wollte immer so eine Sense haben, so richtig krass. Wieder tot und damit was fehlt. Und töten. Und beflügen. Oh, da war was. Oh, geil. Moment, mir fehlt aber irgendwas. War es hier ein Stück Holz? Oder liegt da noch nichts drin? Ne, wir brauchen was. Wahrscheinlich Holz. Ach, das haben wir nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Ey, warum hat er aber Blackouts? Ja, instatt wieder einfach die Matte reinfeuern. Ja, echt. Würde mir jetzt auch überhaupt nicht jucken. Wir sind nur im Wald und da ist kein Holz. Schurtenkopf, Zeichen. Das scheint so, als müssten wir... Ich weiß auch nicht, ob die Taschenlampe ewig hält. Sieht so aus, als müssten wir erstmal noch ein bisschen Holz holen. Kann man jetzt hier einfach den Baum irgendwie... Ja, da ist ein ganze kleines Boot. Was macht hier ein Boot, ja? Gebt mir das Boot. Mit der alle in der Familie. Feierabend. Schön draußen. Die Handelte waren eigentlich schön draußen. Und setzt jetzt ins Boot. Oh, er reibt sich die Hände. Oh, ich dachte, er wollte sich prügeln. It's ready for a fistfight. Hm. Aber die brauchen wir jetzt nicht. Ach stimmt, wir haben ja nicht da oben. Na ja, was sind das immer, dass er da wegsucht? Na ja, das ist wahrscheinlich weil ihm so kalt ist und... Achso. Da... Blackouts. Dann geht er hoch. Nein, oder? Haha. Ich hab' mir jetzt eigentlich schon sicher, dass hier oben ja weg ist. Ein Blick... Da steht da einer? Ne, da... wo? Ne. Da, ich dachte da ist. Da ist ein Baum, ne? Ja. Das Baum... Oh, what the fuck? Oh! Nein! Come on! Come on! Das ist ja geil. Da hab' ich gar nicht gerechnet. Das will ja wirklich sterben. Das finde ich schon mal cool. Das war jetzt... Ja, unerwartet. Meine Damen und Herren. Wir brauchen jetzt Holz. Dann müssen wir schnell in die Hütte. Ja. Dann müssen wir feiern. Jetzt kann ich nicht mal mehr sprinten, ey. Was ist los mit dir? Aber wo könnte jetzt Holz sein? Ja, ja, ja. Achso, wir sind vor dem Rechtshang hier. Ja, ja, das geht ja jetzt. Ja, das geht ja jetzt. Achso. Ach, hier ist doch hochholzig. Ja, liegt Holz draußen so? Schau mal. Oder das ist noch in der Hütte irgendwo. Ach, da. Ja. Ach, guck mal. Das Holz können wir natürlich einfach nehmen, was auch unter einer Decke vor steht. Ach, guck mal, man. Da steht's gerade. Werbequellen speichern das Spiel. Ach so. Ach so. Ja, lass mal hier mal. Ja, lass mal hier mal. Äh, die... Die Taschenlampe? Die Taschenlampe? Ja. Ja. Wenn wir da das Holz für sich wegnehmen, das muss eigentlich in der Hütte sein. Ja. Wir waren umgeben von uns. Wir hätten doch eigentlich in den Tisch da reindrücken können. Ne, den kann ich mal. Das Regal. Die Wand. So, habe ich jetzt hier alles ja, ne? Das ist halt auch irgendwie, das war mal so schön einsam in so einer Hütte. Und dann ist es auf sich selbst gestellt. Sehr schön. Da machen wir noch was, oder? Ach so. Dann war hier die, danke. So. Flasche? Flasche leer. Flasche Korb. Ist so was für so eine alte... ...Mülchbottel, ne? Früher mit... in den Kopf wo man ins Laden gelaufen ist. Da noch mal Holz. Man kann hier genug Holz haben. Holz vor der Hütte. Da geht's nach rechts. So, da war er nicht. Da war er nicht. Da stirbt man nur. Da stirbt man nur. Oh nein. Ich glaube ich kann auch... Ah nein. Alles gut. Karl. 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 Ich dachte wir sind... in eine andere Richtung gegangen. Vielleicht nur um unser Auto. Ach so. Ah. Ich muss erstmal hier reinkommen in das Spiel. Das kann man so mitdenken. Auf die... Ich hab's natürlich gewusst. Genau das war mein Plan. Ich dachte, er wird die Kette genommen sofort. Das kann ich ja in den Reifen machen. Eine Kette möchte das. Karl. Geht es nicht gut. Er müsste gut. Ah. Ach so. Wo ist denn jetzt der Scheiß? Komm mal. Dann müssen wir nochmal in die Hütte. Dann werbe tut uns gut. Dann werbe tut uns gut. Würde ich sagen verarzten wir uns jetzt. Dann brauchen wir einen Schneemann. Ja. Oder einen gelben Schneemann. Na. Können wir auch mal. Wo ist das gut? So. So. Jetzt gucken wir mal mal. Wo ist denn der? Wo ist denn der? That makes sense. So. Gut, hätte ich jetzt gar nicht aber in die Hütte gewusst, oder? Ne. Aufgewert bin ich ja schon. Er hat es aber nochmal gespeichert. Gespeichelt. Ja. Der Kopf. Sein Kopf ist nicht ganz voll. Was ist da? Sein Kopf. Sein Gehirn. Ich weiß noch nicht was es anzeigen soll. Aber was ist das jetzt für ein Zeichen? Ich bin ja beobachtet. Ich bin ja beobachtet. Ich bin ja beobachtet. Hier geht es aber gar nicht weiter, ne? Ne. Sabo? Ne. Ist quasi eine... ein Dead End. Dead End. Go, go, do, 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 do. Oder wie man bei uns sagt. Sackgasse. Sackgesicht. So. Guck mal, jetzt können wir wieder einsteigen. Mit der Macht der Kette. Wie, das reicht jetzt schon. Die eine Kette. Ah. Natürlich. Wie fährt er denn jetzt hin? Wie fährt er denn denn jetzt hin? Ah, jetzt habe ich nicht mehr Fahrt. Und weiter geht's. Weiter geht's durch den Schnee. Boah, jetzt ist ja gar nichts, ey. Nein. Nein. Fahrt man nicht so schnell? Nein. Aber welches nächste Auto? Fahre wir nicht. Jetzt müsst ihr jetzt, glaube ich, auch mal wieder kommen. Bah, bah. Darüber stehen wir das ganze Spiel. Oh, bitte. Gar nichts mehr. Alter. Alter. Nein, nein. Man kennt sich dann manchmal, wenn es so gut schneit, auch so auf der Autobahn, dann sieht man schon gar nichts mehr. Oh, was ist das denn? Ah, Manastan. Ich weiß noch, wo war die Liegsteil für den Namen, ne? Vielleicht. Manastan Region. Manastan Region. Er hat gesagt, dass enseigniert Jahre 작품 für Matas und Rimm Arsenal aus gasps hat. Und aus der industriellen Woche. Und aus der industriellen Pro�roundedetzung passiert. Hä. Meinig fragment Sie mir gerade noch was für. So ein opensetcher auf. doch Jonas. WiFi pierwsOk. So aus. War die Grafik zu krass. Oh, da ist ja kein Baum gefahren. Der steht da doch. Der hat ja doch nur geparkt. Endlich wieder Leute. Ja, wir haben in der Umschau freigeschaltet. Ach, Tankstelle. Ach so. Ja, dann müssen wir jetzt auch endlich mal bezahlen, oder? Das wär's nicht. Ich komme ja nicht weiter. Aber wen werden wir da begegnen an dieser Tankstelle? Ich denke, das sollten wir in einer neuen Folge herausfinden. Es bleibt spannend. Wenn's wieder heißt Let's Play Kona bei BabybuttonTV. Schaltet wieder ein.